Moin liebe Freunde des CNC Fräsens. Heute starte ich eine Reihe von drei Teilen zu den PauliMatt Niederzug Schraubstöcken. Im ersten Teil stelle ich den Schraubstock und einige Spannmöglichkeiten vor. Im zweiten Teil geht es dann um die Maßhaltigkeit sowie die Rechtwinklichkeit und die Parallelität. Und im dritten Teil und wahrscheinlich interessantesten Teil fräse ich dann eine Adapterplatte aus Stahl für die beiden Schraubstöcke die ich besitze. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Teil 1. Ich sage zuerst mal was zum Aufbau und zur Funktionsweise des Niederzug Schraubstocks von PauliMatt. Es ist die 88 mm Variante, also 88 mm Backenbreite. Zum Spannen wird ja diese Schraube hier verwendet. Und die Schraube geht im Prinzip hier einmal so schräg nach unten und ist dann hier in einem Gewinde angelegt. Das heißt, wenn man spannt, spannt man in diese Richtung. Das heißt, man hat eine Komponente von der Kraft, die in diese Richtung geht, aber auch eine, die nach unten geht. Und somit auch etwas Niederzug bewirkt. Hier sieht man jetzt nochmal die Bohrungen, in denen die Stifte einrasten. Also wenn ich jetzt ein bisschen zurückziehe, kann ich es vorbei schieben und wenn ich dann einrasten will, dann ziehe ich es einfach ein bisschen hoch. Das Spannen ist erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit diesen Schraubstöcken. Vor allem, wenn man vorher Maschinen-Schraubstöcken gearbeitet hat, also mit einer Kurbel und auch mit einer festen Backe. Die lassen sich etwas leichter bedienen. Mir ist es anfangs mal passiert, dass ich zum Beispiel die Schraube zu weit rausgedreht habe und dass dann dieses Teil hier unten hingefallen ist. Und das ist natürlich super ärgerlich, weil dann kann man erstmal die obere Backe abnehmen. Man kann den Staubstab sauber machen und dann ist es ein bisschen freemelig, das wieder in das Gewinde rein zu bekommen. Mit ein bisschen Übung geht das dann aber eigentlich ganz gut und dann passiert sowas eigentlich nicht mehr. Nach vorne schieben lässt er sich jetzt ganz einfach. Nach hinten würde er erstmal einhaken und wenn ich ihn dann verschieben will, muss ich so ein bisschen hier nach oben ziehen und dann kann ich ihn auch zurückschieben. Das geht eigentlich ganz gut. So, von der Spannweite ist es bei dem Staubstuck so, dass man ungefähr 117 Millimeter spannen kann. Reicht mir eigentlich auch aus. Der Vorteil gegenüber einem normalen Maschinen-Schraubstuck ist bestimmt auch die Höhe. Vor allem bei den Portal-Fräsern ist ja die Z-Höhe oft ein bisschen das Problem. Und hier haben wir eine Höhe von da nach da von 45 Millimeter und das ist bei den meisten Maschinen-Schraubstöcken doch schon mal deutlich größer. Und da haben wir hier auch einen kleinen Vorteil bei denen. Ein weiterer Vorteil ist natürlich der Preis. Also so ein Schraubstöck hier, der liegt bei so Zeit 117 Euro. Einer. Und wenn man einen gescheiten Maschinen-Schraubstöck haben will, da ist man so bei, ja es fängt bei 400-500 Euro, fängt es da erst an interessant zu werden. Ich zeige euch mal zwei Schraubstöcke, damit ihr wisst, was ich meine, wenn ich von Schraubstöcken mit Kurbel spreche. Also das wäre so einer, den ich interessant finde. Oder auch dieser hier zum Beispiel. Wer ein bisschen mehr Geld ausgeben kann und Platz auf der Maschine hat, für den ist das bestimmt auch eine tolle Alternative. Oder vielleicht auch die Kombination aus so einem und einem Niederzug-Schraubstock. Zum Spannen brauchen wir in der Regel Parallelleisten zum Unterlegen. Und ich mache es meistens so, dass ich die Schraube erst dann komplett zudrehe. Und dann ungefähr bei dem Schraubstock so drei Umdrehungen aufdrehe. Dann fahre ich bis gegen das Werkstück gehen und nehme dann die nächste Raster, also schiebe jetzt weiter, bis es dann einrastet. Jetzt ist es gerade eingerastet. Jetzt passt das Werkstück natürlich neulich rein. Jetzt drehe ich hier einfach ein bisschen auf. Und das ist eigentlich so mein Vorgehen, wenn ich es spannen will. Da bin ich mir eigentlich immer sicher, dass ich eine gute Position zum Einrasten finde. So, jetzt kann man es zudrehen. Und man kann hier unten an den Leisten immer mal testen, wie es aussieht, ob die fest aufliegen. Wenn die fest aufliegen, dann kann man natürlich sicher sein, dass diese Fläche parallel zu dieser Fläche ist. Man kann jetzt natürlich auch gucken, wie man spannt. Also wenn man die Leiste relativ niedrig wählt, also wenn man jetzt nur hier oben irgendwelche Ausfräsungen reinfräsen will und nicht an der Seil fräsen muss, kann man das Werkstück auch tiefer einspannen. Und dann könnten wir auch Leisten nehmen, die ein bisschen weiter nach unten sind. Dann ist natürlich auch die bestimmte Seite hier diese feste Backe. Aber das würde sich vor allem von hier im Winkel zu dem ausrichten. Wenn man möchte, dass diese Fläche unbedingt parallel ist zu dieser Fläche, dann würde ich etwas höhere Leisten wählen. Kann ich gleich nochmal zeigen. Weil dann wäre natürlich die Backe hier nicht so bestimmt, wenn hier nur ein kleines Stück eingespannt wird. Ich habe die Schraube jetzt schon leicht angezogen. Und wenn man jetzt versucht, die Leisten zu verschieben, geht es immer noch ein bisschen. Also man weiß jetzt nicht ganz genau, ob das 100% Plan ist zu den Leisten. Mit kleinen Hammerschlägen kriegt man es aber ganz gut hin. Dann setzt sich das noch ein bisschen. Und dann sind die Leisten hier ziemlich fest. Also man kriegt die kaum noch verschoben. Mit größerem Kraftaufwand vielleicht noch, aber hier die eine geht noch ein bisschen. Jetzt ist aber auch bombenfest. Also jetzt kann man davon ausgehen, dass diese Fläche genau parallel ist zu dieser Fläche. Die Schraubstücke sind natürlich rundum geschliffen. Und ich könnte zum Beispiel den Schraubstock auf der Maschine drehen. Können den so aufspannen. Wenn man eine Magnetplatte hat, ist das natürlich auch von Vorteil. Die Magnetplatten werden ja häufig bei Schleifmaschinen eingesetzt. Und jetzt könnte man, da dieser Schraubstock ja genau im Winkel geschliffen ist, mit einer angegebenen Toleranz von 5000stel, könnte man dann genau im Winkel schleifen. Also jetzt diese Fläche zum Beispiel. Man könnte natürlich auch so aufspannen, falls man das möchte. Auch der Winkel hier unten sollte sehr genau sein. Die lose Backe wird dann beim Schleifen quasi hier verschraubt mit diesem Teil. Und hier oben haben wir jetzt auch eine ganz ebene Fläche. Also das passt hundertprozentig. Was nicht funktioniert ist, dass ich diese lose Backe auf den hier drauf tue. Dann passt das nicht. Also es sind schon mehr als ein Zehntel oder ein paar Zehntel vielleicht sogar, was die dann hoch oder runter steht gegenüber dieser Backe. Also die werden so hergestellt, dass die Backe angeschraubt wird und dann diese Fläche hier oben gemeinsam geschliffen wird. Die seitlichen Flächen, die sind gegenüber der festen Backe zurückgesetzt. Also die Fläche ist ein bisschen weiter zurück, genauso wie die andere. Dadurch ist es natürlich möglich, dass wir den hier so auflegen. Und das ist dann hier in diesem Bereich, also hier unten natürlich, dann aber auf diesem Bereich aufliegt. Und das ist niemals hier auf der seitlichen Backe aufliegt. Wenn man mit zwei Schraubströcken arbeitet, kann man natürlich auch hier so eine Schräge bearbeiten. Das heißt, man stellt den einen Schraubströck ein bisschen an. Dreht dann hier zu. Und man sieht auch hier, dass hier nicht auf der Backe gespannt wird, weil die zurück ist. Sondern es wird nur hier unten auf dieser Fläche, jetzt in dem Fall, gespannt. Kann man einspannen, leicht zudrehen und dann den Winkel einstellen. Ja, so ungefähr kommt man hier. Wenn man es ein bisschen genauer braucht, kann man es natürlich auch mit einer Messe abfahren. Damit man hier in dem Fall genau eine 2 Grad Schräge hinbekommt. Wenn man die Schraubstöcke so übereinander einsetzt, wird das Ganze natürlich schon ganz schön hoch. Also bei mir sind es jetzt hier so 13, 14 Zentimeter. Je nachdem, wie groß die Schräge ist, kann es dann eben noch ein bisschen höher werden. Und das kann natürlich in der Z-Verfahrhöhe bei einigen Portal-Fräsmaschinen dann auch schon wieder zu viel sein. Ich öffne nochmal die Schraube. Das mal auch sieht, dass die Backe hier, die geht da unten dran vorbei. Also ich kann die einfach nehmen und kann sie jetzt nach unten wegschieben. Also die stößt auf keinen Fall da an. Sie kann auch nicht runterfallen. Also sie kann auch nicht weiter als so. Weiter runter geht es auch nicht. Also muss man auch keine Angst haben, dass die nach hinten abstürzt. Wenn man die 2 Grad Schräge über diese anderen Spannvorrichtung einstellt, dann kommt man natürlich in der Höhe schon ein bisschen weiter runter. So, jetzt könnten wir es festdrehen. Und jetzt hätten wir eine Höhe von ungefähr 9 Zentimeter. Also doch ein bisschen niedriger als eben mit 2 Schraubstöcken. Ja, ein großer Vorteil von 2 Schraubstöcken ist natürlich auch, dass man längere Teile spannen kann. Ich habe jetzt gerade irgendwie nichts besseres da, aber irgendwie ein langes Teil. Kann man jetzt ja auch hier festspannen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man 2 Sets hat mit Parallelleisten. Die natürlich auch gleich hoch sein müssen. Bei mir bei den Pauli Mod Leisten ist es wirklich der Fall, dass die so ungefähr gleich sind. Vielleicht mal ein hundertstel Unterschied, aber das passt eigentlich schon ganz gut bei den Leisten. Bei den 2 Sets, die ich gekauft habe. Man muss natürlich dann auch noch nicht nur 1 Schraubstock ausrichten, sondern man muss natürlich den zweiten Schraubstock zum ersten auch noch ausrichten. Was dann natürlich beim Ausrichten auch ein bisschen aufwändiger ist, als wenn man nur mit einem arbeitet. Und dann gibt es natürlich noch ein kleines Problem bei den Pauli Mod Schraubstöcken. Da werde ich im nächsten Teil ein bisschen mehr drauf eingehen. Und zwar ist es die Maßhaltigkeit, vor allem die Maßhaltigkeit, Winklichkeit und Parallelität ist eigentlich ganz gut. Aber die Maßhaltigkeit, das Maß von hier nach da unten ist bei beiden Schraubstöcken unterschiedlich. Also sie sind nicht genau gleich von da nach da. Wenn man da einen besseren Schraubstock kauft, sondern mit einer Kurbel für 400-500 Euro, da hat man vielleicht eine Abweichung vom hundertstel. Und hier kann es auch durchaus mal ein paar Zehendel sein. Bei mir sind es vierhundertstel. Das liegt aber auch an der Seriennummer. Ich habe hier die 4504 und die 4507. Also die sind irgendwie relativ dicht beieinander gefertigt. Wo die Schleifschalbe wahrscheinlich noch ähnlich stark verschlissen war. Wenn da größere Mengen dazwischen gemacht wurden, kann das durchaus unterschiedlich sein. Noch mehr unterschiedlich sein. Was auch sehr schön ist, ist, dass der Pauli Mod Schraubstock an beiden Seiten der festen Bagger ein M10 Gewinde hat. So dass sich dort recht einfach ein Anschlag montieren lässt. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ein Schraubstock mit einer Kurbel hat auf jeden Fall einen höheren Bedienkomfort. Der Niederzugschraubstock kann beim Preis, der Bauhöhe und der Flexibilität punkten. Mit Flexibilität meine ich, dass der Schraubstock auf verschiedenen Seiten aufgespannt werden kann. Oder zum Beispiel auch in einem anderen Schraubstock gespannt werden kann. So ihr Lieben, das war's für heute. Ciao.